So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Ist alles in Ordnung? Wir machen das hier fertig, ja? Dann können wir reden. Am besten irgendwo, wo ich was Härteres zu trinken und Cheyenne etwas Schatten kriegen kann. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Gut, Herr... Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen?